Ich bin heute mit meiner Verstärkung Erdbeerpflücker. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, die schönste Jahreszeit ist die Erdbeerzeit. Ich liebe es einfach, diese süßen, roten, prallen Früchtchen. Ich habe jetzt die hier für Marmelade vorgesehen. Ist halt mega. Ich kann das einfach da reinsammeln. Ganz egal, wie nachher das aussieht, wascht es dann wieder aus. Jetzt mache ich hier meinen Einlegeboden drauf, dass die schön feine bleiben. Jetzt sammle ich mir noch ein paar zum Soh-Essen. Danach hat Sabine die Rasselbande wieder eingesammelt und es ging direkt zum Wiegen. Und um euch zu zeigen, was der Korb wiegt, haben wir ihn einfach mal ohne alles gleich mitgewogen. Jetzt aber schnell nach Hause, damit noch ein paar Erdbeeren übrig bleiben. Ich wollte nur kurz zeigen, dass es quasi komplett unkompliziert ist, wenn auch der Korb schmutzig geworden ist. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt fülle ich die einfach mal um. Ich mache ja eh Marmelade raus. Jetzt seht ihr ja mal, wie das hier aussieht. Wenn das jetzt Stoff wäre, hätte ich natürlich ein Problem. Aber so ist es völlig unkompliziert. Wasser. Und jetzt schrubbi schrubbi. Ja, ist natürlich schon geil, wenn man das einfach so machen kann. Ausspülen. Und jetzt kann ich wieder ganz normal einkaufen gehen damit. Ja, ist ja, ist natürlich auch kein Problem. Das war's. Und jetzt kann ich wieder ganz normal. Ich bin ja, ist ja, ist ja. Und jetzt kann ich wieder auf. Das war's für heute.